Ja, Freunde, willkommen zu einer Folge hier mit unserem Big Boss bei Metal Gear Solid und wir starten sofort mal. Wir sind jetzt bei einer Mission und wir sollen hier unseren Kollegen rausholen. Ich bin immer mehr für diese Kazala Mission, aber es hilft uns nichts. Die dürfen nicht entdeckt werden. Wir haben eine Pistole hier, aber die können wir nicht benutzen. Das heißt, wir haben keine Moon mehr dafür. Dementsprechend müssen wir hier absolut leise vorgehen. Wir wissen, in welchem Gebäude unser Kumpel ist. Wir haben ja auch die ganzen Feinde angezeigt. Hier gibt es erstmal noch eine tolle Pflanze, die wir nehmen können. Der geht jetzt da hoch. Ah, der wird uns dann hören. Er macht den Scheinwerfer an. Aber wir schleichen hier einfach mal weiter. In diesem Gebäude soll unser Kumpel gefangen werden. Zwei im oberen Gebäude. Da drinnen. Da müssen wir mal gucken. Da ist er. Natürlich müssen wir ihn erstmal hier rauskriegen. Sieht so aus, als wenn sie dich geblendet haben, mein Freund. Aber dafür haben wir ja deine Sonnenbrille. Als Zeichen. So, mein Freund. Ich bring dich jetzt hier einfach raus. Ich bring dich jetzt rauskriegen. Mach deinen Weg nach der RV. Du kannst die Location auf deinem Eidroyd. Ich bring dich in hier. Ich bring dich in hier. Ich bring dich in hier. Okay. Damit haben wir das nicht geschafft. Ich schau mal, ob wir es vielleicht noch mal schaffen. Ja, wir wissen es. Das Target ist tot. Wir gucken mal, wie wir den jetzt hier rauskriegen. Okay, auf unserem Eidroyd. Das heißt, hier ist die Strecke. und da müssen wir hin. Wir versuchen ihn jetzt hier rauszubringen, ohne... ...Alarm zu schlagen. Wir müssen es einfach schaffen. Ganz links hier an allem vorbei. Oh, Scheiße. Wir wurden gesehen. Aber vielleicht... Wir sind mit ihm auch... Wir müssen die Strecke wieder rauskriegen. Gleich schaffen wir das auch. Ich will schnell genug weg. Es ist ein Speedquad. Es ist ein Speedquad. Ich bin mit Faktion. Ich bin mit Faktion! Ich glaube, das ist der ganze Nebel Das freundlich ist überhaupt nicht gut Das ist nicht gut, Freunde Das heißt nämlich, da kommen diese komischen Jockels Und die sind überhaupt nicht gut Super Soldaten Kann man sagen Okay, wir werden jetzt einen neuen Landeplatz zugewiesen bekommen Und zwar hier Den wir erreichen können, indem wir ganz außen rum reiten Und weiß Gott erstmal die hinter uns lassen Wir kommen von beiden Seiten Wir hoffen mal, dass sie uns nicht kriegen jetzt hier Aber sie sehen uns natürlich Das gefällt uns überhaupt nicht Und da holen sie aus dem Nichts ihre Kärre und das ist gefährlich Wir müssen zu dem Ziel und diese komischen Kücher wollen uns da natürlich verhindern Also können wir immer nur zigzag klauen Was hier natürlich unheimlich schwer ist Das sind Super Soldaten und wir haben ein Problem mit Super Soldaten Ich muss einfach aus dem Gebliebtier raus Und irgendwie erschaffen Und irgendwie erschaffen, da rauszukommen Schießen bringt uns gar nichts 500 Meter müssen wir da einfach erschaffen Das wird nicht getroffen werden Das wird nicht getroffen werden Das wird nicht getroffen werden Der Star-Nacht Der Star-Nacht Ich bin zieh weg Der Mist ist geschlossen Der Mist ist geschlossen Und es sieht wie sie sind Und sie sind weg Das ist die Units die uns Das ist ein Fequat! Eine Obstruction an die L-Theme, die mich auszuprobieren! Request eine Mediebremovung! Das ist ein Fequat! Eine Obstruction an die L-Theme, die mich auszuprobieren! Request eine Mediebremovung! So, wir setzen den Miller rein. Und dann steigen wir ein. Und dann schauen wir mal. Wir können natürlich auch eine Kanone nehmen. Wồng! Der Gernebremovung verbreiten. In den Augenblick, die Angelegenheit zurückfällt! DieOT-ST bean ist auf dem Motor Base. Das ist ein Feuert! Das ist ein Feuert. Ja, Freunde, das erste Kapitel, oder der Vorspann sozusagen, haben wir geschafft. Jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Wir kriegen eine Belohnung, wir haben eine Kassette erhalten. Das war eine Operation, die wir hatten, neige Jahre vor. Wir entwickeln unsere eigene Welt, wir entwickeln unsere eigene Zukunft. Und sie haben sie weggebracht. Ich werde es wiederholen. Wir machen einen neuen Ort. Together. Dann können wir nach Hause kommen. Ja, wir waren Kassier, okay? Schlinken um, aus der Seite der Seite. Wir holen was, was wir finden können. Wir machen es. Wir haben es geschafft. Wir machen es. Wir machen es. Wir machen es. Wir denken es um, wenn wir auf der Seite sehen. Wir machen es noch. Wir machen es. Wir machen es. Das ist die Erinnerung, wo wir alles verloren haben. Sie haben uns wie ein verdammter Biddle gespielt. Hilf mir, Sneak. Chico. Es wird bald, genau wie ich hatte. Nein! 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 Ich gebe meine Begründe zu deinem Boss, wenn du nach Hause gehst. Denn der Junge war die Bombe, die uns angeblich getötet hat, aber irgendwie haben wir es geschafft zu überleben, in diesem Krankenhaus, und alle wollten uns tot sehen. Ich kann mich fühlen, meine Arme, sogar meine Fingern. Der Körper, die ich verloren habe, und die Kollegen, die ich verloren habe, wird nicht zuhören. Es ist wie sie alle noch da sind. Du fühlst es auch, nicht wahr? Ich bin derjenige, die mit Cypher getötet hat. Ein Grupp über die Nationen, sogar die USA. Und ich war die Parasite von unten, die Zerow ausgewertet hat. Sie gehen nach dir in Cyprus. In Afghanistan. Cypher... ...sie weiterentwickelt. Die Zerow ausgewertet hat. Sie werden größer und größer. Wer weiß, wie groß ist jetzt? Wir wollen, die alle. Wir wollen uns zu Hause hiveen. Ich werde sie zurückgehen, und sie verposten. Ich werde sie zurückgehen, und sie zurückgehen. Ich werde sie zurückgehen, was wir haben nicht zu uns. Bis wir tun. Du bist der Frau Baste gewertet. I don't know how long it'll take, but I'll make it bigger, better than before. Kas, what should I do? Us? Tell me. Tell me like you're used to. Hideo Kojima Diamond Dogs Episode 2 So Freunde, wir landen jetzt auf der Mother Base hier von Phantom Pain. Der Basis von wo an alles hier abgeht. Jede Mission. Wir haben ein Bein bei unserem Ruhm. We pull in money, recruits, just a combat cypher. Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. The world calls for work. And we answer. No greater good. No just cause. Kaz. Cypher send us to hell. But we're going even deeper. I know. I'm already a demon. Heaven's not my kind of place anyway. It's a little bit more. You're going to die. Let's go. Let's go. Wir sind Junkyard Hounds. Wir sind Diamond Dogs. Lass sie sprechen. Wir können Cipherboss crushen. Und du kannst den Armee bauen. Nur eine Sache, Kaz. Das ist nicht über die Vergangenheit. Wir kämpfen für die Zukunft. Das Spiel ist wie ein Film. Lernen wir mal, wie man die Mother Base betreibt. Der Hubschrauber zieht sich vorn an. Und das ist die erste Geschichte. Gut, wir werden mal zu unserem Kumpel hier hingehen. Jetzt kriegen wir uns aber Lebens weg. Wenn Sie in der Land kommen, benutzen Sie das. Es ist ein Bezug auf der Fulton. Wenn Sie in der Flucht, benutzen Sie die Soldaten oder Prisgänger, Sie wollen hier. Dann können wir, ob wir sie nicht beherrschauen können, um die Ranks der Diamond Dogs zu beher. Gehen Sie, die hier auf die Staffe. Einige, die Sie wollen. Erst, sie zu schlafen. Sie haben eine Tränkwilizer-Gun, nicht? Ich bin bereit, Boss. Und weg mit ihm mit dem Schirm. Open your eye droid, select staff management from the mother base menu, so that staff member was placed on the R&D team, the R&D team is in charge of developing all kinds of weapons and items that will support you on missions, take a look at the development list, select weapons items under the development heading. That's the R&D team's development list. See the item called cardboard box? Didn't seem much use to me, but Miller was adamant that you'd want it on the list. The last word in infiltration technology, or so he said. In any case, we don't have the manpower to develop it just yet. We need more staff on the team. Go extract a few more people. Boss, put the eye droid away for a moment. You can also Fulton extract individuals you've knocked out. Why don't you try knocking someone out with CQC next? Show them how it's done, boss. Let's do this, boss. Try throwing them. It's the best way to knock someone out. Hmph. I suppose that works too. Good. Extraction arrived at mother base. One thing I should mention. Fulton extraction won't always be successful. If the person is injured, the shock of it could kill them. And if the weather's unfavorable, well... They could end up going missing. You can determine the chance of success by approaching the person you want to extract. If you want to be sure you can get them out, best carry them to the chopper instead. All right. Extract the next staff member. Don't pull any punches. Extract them. Use any method... If there are multiple adversaries nearby, perform CQC on them in quick succession. This allows you to get them all out before any of them can strike back. Extraction arrived at mother base. Unit function added. Development project has been added. Extraction arrived at mother base. Unit function added. Development project has been added. Extraction arrived at mother base. Select weapons items under the development heading. Please specify project. Now select cardboard box and start development. Just be aware that development requires funds. G... Development has finished. Please select a drop point. Supplies requested. You can have the support unit supply you with weapons and items you've developed. Think of it as your own personal delivery service. And there it is. Not sure what it's good for, but Miller said you know what you're doing. Try it out. One last thing. The staff members you extracted were all placed on the R&D team, but that was Miller's decision. If you think they belong somewhere else, you're free to move them around. Well, that about does it. You won't make any GMP or fine recruits hanging around here. Board the chopper when you're ready for a mission. Open your eye droid and select a landing zone to tell it where to pick you up. Or if you're still in the mood for knocking guys on their asses, you can stay around here a while. Give them in some practice. Just come pay me a visit. Boss, let's practice your CQC. Begin by grab... Good. Extract the staff member. Now for fist fighting. Strike an adversary. Extraction arrived at another base. Strike an adversary repeatedly to knock him out. He'll stay unconscious for longer than if you throw him. All right, Ben. Let's do this, boss! Let's do this, boss! Go on and extract him. Extraction arrived at another base. Somebody get me down! Go ahead and follow the choppers on your eyes. Extraction arrived at mother base. Extraction arrived at mother base. Marker placed. Marker removed. Marker pla- Marker removed. Marker pla- Marker removed. Posted-. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.